. . . . . Cheeeeeeeeserino! Und da sind wir auch wieder, Couch-Potatoes und Damen und Herren. Die Folge hat angefangen? Ja. Ist ein anderer Geschmack als Kalsi, wa? Ja. Wir haben schon wieder Arrogan-Chan hier bei uns. Mh. Mh. Bei der Tatsache, dass wir in letzter Zeit zu viel Alkoholisches zu uns nehmen, während der Sessions, habe ich mal gedacht. Es wird Winter, es ist kalt. Wir müssen es warm halten. Weißt du, was wir unbedingt mal machen müssen? Die Mario Kart Don't Drink and Drive Challenge? Wie funktioniert das? Kennst du nicht die Mario Kart Don't Drink and Drive Challenge? Nee. Also, du musst, du hast ein Bier. Mhm. Und das Bier muss ausgetrunken sein, bevor du quasi das... Die Runde vorbei ist? Bevor die Runde vorbei ist. Wow! Du darfst entscheiden, wann du es ausgetrunken hast, aber du darfst nicht fahren und trinken. Das heißt, du kannst zum Beispiel alles... Du musst stehen bleiben und dann... Genau, du musst mal... Nee, du musst rechts ranfahren, um zu trinken. Wow, das können wir ruhig machen. Am besten... Am besten einen Double Dash am besten auch noch, ne? Ich habe leider keinen Double Dash, aber es gibt sicher einen, der Double Dash hat. Äh, aber wenn nicht, können wir das gerne mal ruhig machen oder so. Hm! Du musst rüberfahren. Notfalls, ähm, aber Mario Kart 8 ist in meinen Augen eh zur Zeit das beste Mario Kart. Dann müssen wir aber beide ein Mia stellen, damit wir auch schön mit unserem Mies racen werden. Kann man Notfalls auch. Oh, Jesus, war das gerade eine Virus-Bazelle? Hast du das gesehen? Nee. Ich habe nichts gesehen. Jesus. Habt ihr was gesehen, liebe Zuschauer? Ich hab nichts gesehen. Ab der X, Alter. Wop, wop, wop! Wop, wop! Wop! Adam killt erstmal das Mie... Wop! 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 Ja, ich hab alles under control, aber da ist eh Aufwind. Der fängt mich auf. Als du gerade under control hast, weil du es so lang gezogen hast, dachte ich, ich hab alles an... My anacona don't, Alter. My anacona, da. Sieh, Alter, die sind voll hart zu filmen. Du musst eine andere Seite lang. Boah, meine Stimme ist voll nasal, Alter. Ah, deswegen hab ich auch vorhin bemerkt, dass du krank wirst. Ja, ich dachte, die ist einfach nur vom Klang anders, aber ich merk auch, dass sie voll nasal ist. Nee, eigentlich übe ich nur für meine Dragshow. Für meine Dragshow? Ja. Ich wär gerne Dragqueen, doch. Nina meinte letztens zu mir, ich soll dragen. What? Ja, aus like... What? Aber würde ich machen eigentlich. Früher hab ich mich auch gerne als Frau verkleidet. So Halloween zum Beispiel. Ich glaub, meine letzten zwei richtigen Halloween-Kostüme, also wirklich Kostüme, waren einmal ein Schulmädchen... Und einmal eine Hexe. What the fuck, Alter. Ich bin grad so geflasht, dass ich gestorben bin. Fuck, Dude. Und einmal eine Hexe. Die Hexe war sexy. Fahr mal da nach oben. Das Ding ist halt einfach... Was ist eine sexy Hexe? Du musst da nach oben fahren. Nee, es war eine creepy Hexe, aber... Was kann ich dafür, dass ich geile Beine hab? Ey, du, dein Bein-Fetisch... Ich hab... Dude... Meine Beine sind echt nicht schlecht in Strumpfhosen und hohen Stiefeln. Die sind wirklich... Jesus! Es ist echt nicht schlecht, also muss ich... Muss ich zugeben. Und... Ich weiß noch, da hab ich... Ich hab mal Schuhe von einer... Bekannten damals, also einer Freundin von uns angezogen. Und die meinte dann so... Wow! Die stehen die Schuhe besser als mir. Ja genau, meine Schuhe stehen die besser als mir. Die ist so... Ja... Sorry, ich hab... Legit... Hot Legs, Dude. Oder... Girl. Was ich gerade sagen? Wir haben etwas falsch, Alter. Gehen wir unten oder oben lang? Ich hab keine Ahnung, wir können... Da ist ein Time-Dings. Wo ist ein Time? Oh ja, das musst du auf Superchargen. Wow! Ich sterbe gerade. Oh, nee, nein. Warte, also ich... Ich charge das noch auf, ne? Kannst du? Du musst aber dann reinfahren, ne? Ansonsten wird das nichts. Oh Gott, Alter. Pass auf Time-Trial mit Panzer. Die Level werden immer tougher, Mann. Ah, nee, doch nicht. Doch, du musst, äh... Wie denn? Du musst das, äh... Wir müssen aufschießen und dann musst du den Dings dahin... Du musst... Du musst Zeichnung für den Baumstamm. Ja, und du musst schießen. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it! Komm! Schießen, schießen! Ja, Gotti! Wuh! Wuh! Skröpöpöpöp! Sprabababah! Pum, Pum! Skibbidiback! Ja... Oh, ich bin gestorben. Einige von euch, die das kennen, die werden dann sicher merken, dass wir uns das grad... mehr als oft genug reingezogen haben. Aufgrund von äußeren Umständen? Äh, äußeren Umständen? Naja... Aufgrund unserer WhatsApp-Gruppe? Naja, äußere Umstände, das meinte ich damit. Was hast du da grad angezeigt? Uh! Oh, alles sind meine Sterne. Oh nein, Alter, nein! Ich bin hier der Typ, der Geld macht. Die werden alle abgeknallt. No mercy! Was sind das für Wesen überhaupt, Mann? Die, die, wenn du die anschießt, explodieren die halt. Ich glaub, wir haben eine Kiste vergessen hier da draußen. Ich glaub, die war unten. Oh mein Gott, Alter! Die Level werden immer krasser, oder? Ja, aber das Wolkenlevel war immer noch am schlimmsten. Nicht die abschießen! Nicht die mit den Bomben. Achso, stimmt. Außer du machst die Bomben vorher kaputt. Oh, der! Oh! Nicht mehr perfect. Oh shit! Oh ne, die können die nicht kaputt machen. Doch, du kannst die an... Du musst aber auch auf die Bomben schießen. Ja, das Problem ist, wenn die Bomben runterfallen, machen die unser Dings kaputt, ne? Ja, deswegen. Schnell, 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 schnell. Hey, wir haben alle Kisten bis jetzt. Okay. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Tomato. Schreibt in die Comments, wie wir die Kisten bekommen haben. Pass auf, du musst dir da gleich so einen Weg bauen. Du musst dir da einen langen Weg bauen. Oh shit. Ich bin gestorben. Jetzt bist du allein auf dich allein gestellten. Warum? Oh mein Gott! Waddle D! Ah, save, save private Kirby. Wo bin ich? Da bin ich. Der Soldat, Jack. Der Soldat Waddle D! Oh mein Gott! Perfekt. How did that happen? Shit, dude. What the fuck? Fuck! Ah, ah, ah! Kirby so, ah, ah! Ah, ah! Guck ihn dir an, er so, ah! Was ist denn da los, Alter? Kann ich mal bitte? Danke. Wieso fahre ich rückwärts? Jesus. Oh mein Gott! Wir müssen den anschießen, glaube ich. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Oh, dann sind auch noch die Viecher. Ohhhh! Halt die von mir! Ahhhh! Woah! 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 Alter, ist das intens. Oh mein Gott. Ich glaube, wir halten uns nicht auf, wenn wir das fließen. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist gerade zu Modern Warfare geworden, Alter. Oh shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Egal, fuck das one up, ich wollte leben. Ich wollte leben. Ja, dann hättest du das one up nehmen müssen. Oh oh. Oh man. Oh, genieß mal bitte kurz diesen Frieden, Alter. Meinst du, ich soll kurz meinen inneren Gandhi finden? Egal, ich habe nur noch ein Leben, du auch. Aber wenn ich sterbe, ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Vorbei, vorbei. Vorbei, Junimond. Aber wir sind ja im Ausgang. Es ist vorbei. Haben wir eigentlich alle Kisten? Ja, ich glaube, ja. Guck mal, hier dreht es sich normal. Ich habe keine Ahnung, wieso. Das ist madness. Das ist fucking madness, du. Also, die Level werden immer tougher. Wir werden immer tougher. Ich muss zugeben. Wow. Oh my god. Ist das ein Glitch? Ne, das ist... Also, ich glaube, das ist ein Glitch. Das ist der Wahrheit. Das ist ein Glitch auf jeden Fall. Ich weiß, die Wahrheit ist schwer zu verkraften. Ich habe letztens auf jeden Fall gelesen, dass es in diesem Level zu Glitches kommt, wenn du Sterne sammelt. Ja. Also, dass... Die nicht gerechtet werden. What the fuck? Guck dir das an. Guck dir den Kirby an. Guck dir den Kirby ganz links an. Oha. Was ist das? Ist das mein Ult? Ich glaube, ja. Du hast es nie benutzt. Ich wollte kurz, aber dann meinte, du machst es. Und du weißt dann. Es ist dieses... Das ist der Tease, meinst du? Ja. Wurdest du schon mal von deiner Freundin richtig geteased? Wie geteased? Almost there, but then she stirbs. No, das ist evil. Das ist evil, dude. Ich glaube, das ist nicht... Was? Also, wenn du das hast, dann... Das ist halt evil, ja, von deiner Freundin. Okay, was geht hier? Ich glaube, du kannst dich verbinden damit so. Ja, ja. Okay. Ja, wir spielen jetzt, äh, äh, äh. Aha. Oh. Oh shit. So darfst du nicht machen. Ah, ich muss das tatsächlich... Ach so, ja. Ich muss... So, jetzt müsstest du es, oder? Ja, und jetzt geht es dann da ran und dann geht es hoch. Oh nein. Bin ich dumm? Lass es mal so, dass es da reinfällt. Ah. Ah. Du musst die Schnürchen verbinden, okay. Hol. Hol von mir. Ja, passt. Immer dieses Kirby-Game, Alter. Was immer schön mit neuen Mechanics überrascht, ne? Guck dir das an. Och nö, verratet mir doch sowas nicht. Ach, du hast es eingesammelt? Ja. Nee. Hast du überhaupt gerade drauf geachtet, was passiert? Oh, du kannst nicht zeichnen. Oh shit. Oh, ich kann... Ich komm da auch nicht hoch. Äh. Okay. Warte mal. Okay, 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 okay. Wir müssen überlegen. Hä? Wie soll ich das denn alleine machen? Äh, mal mir mal... Mal mir da mal... Auf jeden Fall, ich weiß, wie wir es... Ne, mal mir mal ne Treppe da unten, da wo du gerade warst. Ne, warte mal. Jees. Dauert länger, als wenn du mir die scheiß Treppe malen würdest. Aber... Mal mir kurz davor halt, äh, kurz davor... Aber theoretisch müsste ich es zwar auch alleine schaffen. Ja, du musst dann wahrscheinlich, äh, äh... Du musst... Mal mal so einen langen halt, also... Mal mal hier so... So hier halt, so ne... Kann ich ja nicht, kann er ja nicht rein. So, und dann halt... Und dann nicht antippen. Halt... Halt, wenn du hier unten anfängst halt... Jetzt... Ist ja egal. Halt, wenn du in der Luft antippst, dann geht er immer nach rechts halt. In die... In die Rollrichtung, du wirst... Der geht nicht straight nach oben, wenn du ihn antippst in der Luft, sondern erstmal halt... Ja, weil irgendwie... Wie soll ein vierjährige... Wie soll ein vierjähriges Kind sowas hinkriegen? Impossible! Soll ich dir sagen, wie? Scrap-pa-pa! Pum-pum! Muss mir eine Treppe malen. Der oben war das Ding halt. Da muss noch so ein Carrier... Noch eine Stufe... Ja. Meinst du... Meinst du, die Level sind angepasst, je nachdem ob es Multiplayer ist oder nicht? Wow! Wow, du hast zu lange zum Zeichen gewohrt. Dude! Äh, ich glaub ja, das ist ein bisschen angepasst. Meinst du? Aber das... Ich mein, das hättest du auch nicht... Da hätt ich auch so hinkommen können, ja. Das stimmt. Guck mal, ich komm hier aber nicht durch. Ja, ich komm da jetzt auch nicht durch. Doch. Oh. Du bist im Hintergrund jetzt vom Spiel. Du hättest da so zeichnen können, man kann sagen. Dude! I know! Wow, wow, wow! Oh mein Gott, dude! Ja, du musst halt mit einberechnen, dass du ein bisschen dicker bist. Oh mein Gott, dude! Ah! Ja! Got it! Got it! Ah, fuck! Jetzt wieder... Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, okay, das... Warte, lass dich mal out of bounds rennen. Aber da oben... Wollen wir da oben hin? Ja, ja, wir wollen da oben hin. Du willst da hoch. Hoch, hoch, hoch. Noch höher. Ich weiß. Und dann willst du da rechts rüber. Oh shit, dude! Dann willst du jetzt da rechts rüber. Oh mein Gott! Oh shit! Du willst da rechts rüber! Wo rechts? Da! Da! Die Falte direkt neben dir! Und jetzt willst du da hoch. Will ich? Und jetzt willst du da ganz... Nach ganz links willst du... Will ich? Oh scheiße, dude! Ah! Du fällt jetzt immer da runter... Du musst nach oben zeichnen! What the fuck, dude! Oh mein Gott, dude! Hast du den Schergen geholt? Ja, hab ich! Und jetzt nach oben zeichnen! Oh, nein! Oh, geil! Na ja! Hey, wie soll ich die denn holen, Alter? Ja! Oh, okay! Wie soll ich die denn holen? Nehmen wir mal... I did it! Ohhhh... Ahhhh... Ja, Baby! Ohhhh! Scheiße, das ist geil! Knifflig, aber geil! Ist da Ausgang? Oh mein Gott! Ey! Jetzt ist es weggefahren! Ich hab Angst, dass ich da in die Tür lande! Ich hab keine Ahnung, wie du da hochkommst! Wie, ist es weggefahren? Ja, wir müssten uns das Ding jetzt wiederholen! Ich muss da mit dem Ding rein! Aber es ist weggefahren! Ja, du musst jetzt... Jetzt nach oben zeichnen! Kann ich nicht! Und jetzt musst du Turbo-Aktikon... Okay! Welp! Keine Ahnung, wie es geht! Ne, die Truhe hat mir, glaub ich, nur ein kurzes Zeitfenster, um sie zu bekommen! Was ich nicht cool finde, Alter! Du schießt, du schießt! Ich mach das nicht mehr! Wow! Ey, ich bin gestorben! Du bist gestorben und ich mach Geld! Hast du meine Organe verkauft oder was? Das klingt wie reale Leben, Dude! Evitalismus, Dude! Ja, das klang echt danach, als wenn du meine Organe verkauft hättest! So, was geht jetzt hier ab? Oh, Scheiße! Ach, der ist da drin! Wie kommen wir? Wait, wait, wait! Kannst du den schieben? Kannst du da rein? Kannst du hier nach links? Nee! Achso, wir müssen einfach nur nach oben! Der setzt es einfach nur unter Strom halt! Und dann können wir nicht durch! Achso! Ja, ich dachte auch eigentlich, dass wir das abnehmen müssen, aber... Ja, dann halt nicht! Oh, pass auf! Wir sind am Elektro-Kriegen! Ja! Warte, lass mich jetzt hier noch recht gehen! Ja! Ist da was? Es sind Blaubeere! Cocktail! Wuuuuh! 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 Läuft, mein Boy! Und du ist tot! Ich tot! Ich tot! Ich tot! Na unten! Na unten! Na unten! Ich hab dir gesagt, nach unten! Ich brauch mich eigentlich gar nicht respawnen! Ich glaub ich ster... Was ist das für ein crazy Game grad, man? You watch me! Ah! I'm dying! Ja, ja! Mal lieber deine Dingskette! Alter, ja! Ich hab zu sehr darauf aufgepasst! Das ist überlegen! Ah! Wuuuuh! Scrapapa! Bididi-ba! Pum pum! Look at your nose! Digga! Wie soll man da ganz normal noch vernünftig reden? Oh, guck mal! Ich häng ja auch dran, wenn ich einfach ruhig bleibe! Und die Leute unterhalten... Mal rum! Jaaa! Uh! My legs! Wie soll man die Leute unterhalten, wenn... Wenn man hier nebenbei noch... So fucking so viel denken muss! Nach unten! Nach unten! Ich bin so viel denken nicht gewohnt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ganz unten! Nach ganz unten! Okay! Das geht ja automatisch! Oh! Oh! Oh my god! Oh my god! Du willst da ganz oben hin wahrscheinlich! Da oben gibt's wahrscheinlich ne Kiste oder so! Ah! Look at me! Ach du heilige! Geheimweg! Secrets! Oh! Du musst ihn einholen! Ich bin grad nicht fähig! Ich bin nicht fähig! So viel mentale Leistung abzurufen, alter! Oh great! Ich helfe dir nicht ne? Du musst! Ne? Sonst komm ich nicht weiter! Ne? Waddle die! Waddle die! Waddle die! Ja nehm ihn dir! You fucking! Suck ihn! Das erinnert mich so ein bisschen! Das erinnert mich so ein bisschen! Die Hand erinnert mich so ein bisschen an Dederer! Dederer oder wie er heißt? Wie bei Nerudu! Der hat diese Münder an den Händen! Achso ja! Dederer, ja! Was macht der? Was macht der Wachsfiguren? Der hat aus so Tonfiguren! Oder Tonfiguren! Hat der immer EXPLOSION! Nun, was passiert jetzt? Ja, du musst mal hier in der Treppe zeichnen! Was ist los mit den Leveln? Du hast ja nix zu tun fast! Tja, weil die Level sind nicht konzipiert dafür, dass sie zu zweit gemacht werden! Wir müssen ja aber! Die können auch zu viel gemacht werden! Oh my god! Ja, du musst dich ein bisschen gedulden jetzt! Oh my god! Oh! Du hättest... Mal doch den Ball da! Oh my god! Du hast die Kiste verpasst! Ich hab's nicht gesehen! Weil du mich abgelenkt hast! Mit deinem... Die ganze Zeit runter! Biii! 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 Weißt du? Ich versteh's wenn... Wir kommen da noch hin glaube ich! Nein! Die würde da jetzt liegen! Da wo dieses blaue ist! Da würde die Truhe jetzt liegen! Sicher? Ja! Oh! Time Tribe! Ohhhh! Nee, das war alles Time Tribe! Das ist ne Kiste! Ja, aber I fucked up, dude! Wir müssen da hoch! Mach mir ne Treppe! Mach mir ne Treppe! Äh... Und wie zum Fick hätte ich das alleine geschafft? Keine Ahnung! Wissen wir nicht! Und gut ist... Accepted! Das Spiel... Fack! Ah! Trust me, du kannst drücken, ja. Einmal so antippen, nicht gedrückt halten, sondern guck mal. Mach, drück auf dich selbst. Willst du gucken? Das ist faster, denn. So, es ist Zeit, es ist Zeit, das Maul zu halten. Nein, wir spielen weiter. Ja, tun wir auch gleich, aber es ist schon 20 Minuten. Es ist Zeit, das Maul zu halten und in der nächsten Episode kriegen wir das hin. Wir beruhigen unsere Gemüter und dann wird wieder professionelles Gameplay Delivert. 19 neue Nachrichten. Mal gucken, ob wir... Spaß ist vorbei. Blogger Michelle? Ja, ich hab ihn... weil ich zwei Michels habe. Digga, er heißt aber, du hast die Mädchen-Version von Michelle geschrieben. Ist doch okay, oder? Ach ja, stimmt, er ist ja jetzt eine Arbeitnehmerin. So, Freunde, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Haut allein! Like, comment, and subscribe! Scrub-ba-ba! Bididi-ba! Look at your nose!